Hallo allerseits, Channel Nachrichten 24 Neuer Ärger um Iris Kleins beachtbar Die Geschäftspartnerin der Katzenmama ist schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wenn diese Business-Beziehung mal kein Fehler war. Letztes Wochenende eröffnete Katzenberger Mama Iris Klein ihre Bar auf Molorke. Mit dabei, ihre Geschäftspartnerin Nade Schaleitze. Und die ist keine unbekannte. Ursprünglich kam Gastro-Expertin Iris Klein nach Molorke, um sich von ihrem Burnout zu erholen und eine kleine Kneipe auf der Sonneninsel zu betreiben. Aus der kleinen Kneipe wurde dann eine XXL-Bar. Da kam Nade Scha ins Spiel, die hier schon eine Bar angemietet hatte, erklärte Iris gerade in einem Interview. Außerdem betreibt Nade Scha schon länger unter der Terrassen bei den Auslei-Service Molorke-Bikes Antriebness. Das klingt also alles erst einmal sehr praktisch. Doch ist Iris neue Business-Partnerin vertrauenswürdig? Laut Bild-Zeitung wurden Nade Scha vor zwei Jahren von ihrem damaligen Geschäftspartner angezeigt. Es ging um räuberische Erpressung und 100.000 Euro. Der Blonden-Gur bei Deutschland-Auswanderin ruhten sogar bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das Verfahren gegen Nade Scha wurde zwar eingestellt, doch ein ungutes Gefühl bleibt. Hoffentlich geht für Iris ihr Traum in Erfüllung und die Bar wird ein Molorke-Hit ohne juristischen Ärger.